Die Firma Wiley ist auf den Anlagen- und Sondermaschinenbau spezialisiert. Geschichtlich kommt das im Schwarzwald ansässige Unternehmen aus dem Bereich Metallstandsbiegeteilherstellung mit angeschlossenem Werkzeugbau. Heute plant und erstellt Wiley maßgeschneiderte Komplettlösungen für Kunden unterschiedlichster Branchen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Handling und dem Zusammenfügen von Bauteilen, die klassisch als Handmontage zusammengebaut werden. Also Bauteile, die manuell gegriffen, zusammengefügt und zusammen montiert werden können. Wir haben das Engineering im Haus, die Konstruktion machen wir selber. Wir haben die Möglichkeit, Bauteile selber zu produzieren, herzustellen und am Ende zu montieren, hier in Betrieb zu nehmen und dann beim Kunden aufzustellen. Wir fräsen, drehen, bohren, also alle gängigen Herstellungsmethoden haben wir hier eigentlich im Haus. Wir bauen auch unsere Elektrikomponenten selber. Wir programmieren, wir zeichnen Schaltpläne, genauso wie mechanische Konstruktion. Anno Ohlhaber erläutert einen typischen Projektablauf. Zuerst einmal analysieren wir ganz präzise, wie ist der Ist-Zustand. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten wir dann einen Soll-Zustand, wie der Prozess oder wie das Bauteil sich in der Zukunft darstellen soll. Der Weg von dem Ist zum Soll ist unsere Aufgabe dann in Form eines Konzeptes, in Form dann auch eines Layout-Vorschlages bis hin zur finalen Umsetzung, den neuen Prozess, das neue Bauteil darzustellen. Wir lassen nicht locker und tüfteln so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben. Was zeichnet uns aus? Wiley, Innovation, Flexibilität und schwäbischer Erfindergeist. Beste Aussichten für optimale Lösungen. Beste Aussichten für optimale Lösungen.